Halli, hallo, hallöle liebe YouTube-Gemeinde und neuerdings auch Vidmi-Gemeinde. Denn ab sofort ist die Sausdesser auch auf Vidmi unterwegs. Wenn ihr den Link haben wollt, dann guckt einfach in die Infobox. Ich freue mich endlich wieder vor der Kamera für euch zu stehen und Videos zu machen über ganz verschiedene Nerd-Themen. 19 Jahre später, das bedeutet für mich, oder ich bringe es permanent in Verbindung mit Harry Potter. Dieses Jahr, am 1. September, hat Harry seinen Sohn Albus Severus zum ersten Mal zum King's Cross gebracht, um mit den Hogwarts Express nach Hogwarts zu fahren. Also die Handlung von The Cursed Child fängt jetzt an, Weil Harry Potter auch wieder in aller Munde ist, habe ich auch mal wieder über Harry Potter nachgedacht und will euch jetzt ein paar Dinge erzählen, die ich jetzt noch mit Harry Potter in Verbindung bringe. Viel Spaß! Als erstes sind es die Komponisten. Wenn ich irgendwo in einem Film John Williams oder zum Beispiel auch Patrick Doyle lese, dann denke ich gleich an die Harry Potter Musik. Also zum Beispiel Star Wars, da lese ich permanent John Williams oder auch Jurassic Park. Da muss ich immer an Harry Potter denken. Gastauftritte in Serien oder Filmen. Das sehe ich ganz oft von Potterheads in den Harry Potter Gruppen, dass sie Gastauftritte sehen oder in anderen Filmen und in anderen Serien einfach mal die Schauspieler sehen. Es müssen jetzt nicht unbedingt die Hauptdarsteller sein, sondern auch wirklich nur Nebencharaktere. Zum Beispiel wären das bei mir, war da frei aus Game of Thrones. Elliot Sardegg aus Doctor Who, das ist Michael Gambon in Doctor Who gewesen. Dann haben wir den Doktor, Doctor Who, also der zehnte Doktor. Den habe ich tatsächlich auch nur angeguckt, weil der Schauspieler bei Harry Potter mitgespielt hat. Deswegen habe ich angefangen, Doctor Who zu gucken und deswegen habe ich David Tennant so lieben gelernt. Und Jim Broadbent in Moulin Rouge oder auch in Game of Thrones, spielt er ja auch mit. Meine ganze Jugendweihe, wenn ich daran zurückdenke, generell meine Jugend, meine Kindheit ist sowieso mit Harry Potter bestückt. Und wenn ich jetzt an meine Jugendweihe denke, denke ich auch an Harry Potter, denn die Frisur war 1 zu 1 die von Hermine. Die Frisur hatte ich zu meiner Jugendweihe. Ja, auch Kindheitserinnerungen, wenn ich in meine Heimat fahre und dort Orte sehe oder Orte vorbeifahre, wo ich damals mit meiner besten Freundin Harry Potter nachgespielt habe, zum Beispiel der Duellierclub. Wir hatten eine peitschende Weile. Also alles sowas, das bleibt einfach manifestiert hier oben im Köpfchen drin. Und deswegen, ja, das sind auch Dinge, die mich immer an Harry Potter erinnern werden oder die ich immer mit Harry Potter in Verbindung bringe. Dann haben wir meine Liebe zu Großbritannien oder generell London oder generell auch Schottland und Irland. Dass ich da mal hin wollte, wollte ich auch nur wegen Harry Potter und ein bisschen wegen Bob der Streuen, aber das kam ja alles danach. Und ja, das verbinde ich natürlich auch immer mit Harry Potter. Ich durfte ja auch schon die Harry Potter Studiotour besuchen und es ist echt für jeden Potterhead eine Reise wert. Auch wenn sie nicht mehr so aktiv ist bei YouTube, aber wenn ich sie sehe, Kathi von Coldmirror, dann, also ich denke immer an Harry Potter und ein Stein oder generell an die Harry Potter Verarschen. Das sind die epischsten Harry Potter Verarschen, die ich je gesehen habe. Und das sind Sprüche, wenn du dir einen Potterheads vorwirfst oder auch Leute, die nur die Verarschen kennen. Du lachst einfach nur. Oder wo ich auch immer lachen muss, wenn jetzt irgendeine Verkaufsshow läuft und ich denke permanent an What's super duper sharp. Das ist einfach einmalig und man denkt auch als Erwachsene jetzt noch permanent dran und auch noch gerne an sowas. Also ich muss ja nicht sagen, ich lache da gerne und ich bin auch stolz, ein Potterhead zu sein. Wenn man im Radio alte Lieder hört und die mit Harry Potter in Verbindung bringt, weil man damals, als die Lieder rauskamen und bei Viva rauf und runter liefen, die Harry Potter Bücher nebenbei gelesen hat. Ja, das kommt bei mir auch vor und ich habe ein bestimmtes Lied, das bringe ich immer mit Harry Potter 7 in Verbindung, weil das Lied lief das erste Mal in Neu bei Viva, als ich Harry Potter 7 gelesen habe und die Stelle als Ron von Harry und Hermine weggeht. Und ich finde, Won't go home without you, weil er ja in Hermine verliebt ist und nicht ohne sie gehen würde, so schön passt. Das ganze Lied, wenn ich das höre im Radio oder so, dann denke ich immer an Harry Potter 7, an Ron, wenn er geht. Auch jetzt mittlerweile an die Filmszenen, weil es ja schon im Kino kam. Und auch so, wie ich mir das selber vorstelle, ja, echt, das ist Wahnsinn. Oder so generell Lieder von damals, die man hört und dann denkt, oh mein Gott, da habe ich Harry Potter gelesen oder in dem Jahr kam auch Harry Potter raus oder so, weißt du? Einfach auch die DVDs, dass man Weihnachten immer mit Harry Potter in Verbindung bringt, weil man früher zu Weihnachten immer die Harry Potter DVDs geschenkt bekommen hat. Oder man ein bisschen vorher schon bei Mama im Schrank war und gewöhnt hat und geguckt hat, wo ist meine Harry Potter DVD und ich will sie haben. Ja, das habe ich mit dem fünften Teil gemacht, weil ich den unbedingt haben wollte. Obwohl ich damals den fünften Teil, also der fünfte Teil jetzt an sich, finde ich die schlimmste Verfilmung. Weil wer das Buch gelesen hat, die werden das alle so sehen. Das ist wirklich, das ist weggelassen worden ohne was. Ja, okay. Also jetzt habe ich ein bisschen in Harry Potter Erinnerungen geschwellt. Vergesst nicht, mich auf Vidmi jetzt zu abonnieren und um mir zu followen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, noch mehr Nerd Stuff und alles Mögliche rund um mich, dann abonniert mich doch ganz schnell und um dann kein Video mehr zu verpassen, dann könnt ihr die Glocke auch aktivieren. Was ihr bei Vidmi übrigens auch machen könnt. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntag, eine schöne nächste Woche. Dann kann ich nur noch sagen, Tschüssi! 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 Tschüssi!